Hallo, ich erkläre dir, wie du die Höhe einer Seitenfläche, einer quadratischen Pyramide berechnen kannst, wenn die Seitenlänge und die Höhe gegeben sind, mit Hilfe des Pythagoras. Gegeben ist eine quadratische Pyramide, von der kennen wir das Grundquadrat, das ist je 10 cm lang. Dann haben wir noch die Höhe, die ist 8 cm und gesucht ist die Höhe einer Seitenfläche, ich bezeichne die mit x. Damit ich diese Seite berechnen kann, muss ich von diesem grünen Dreieck zwei Seiten kennen. Die eine ist 8 cm, die ist klar, die andere ist da noch nicht angeschrieben. Wenn ich mir hier eine Linie denke, eine Parallele, dann wird die vordere Seite halbiert, also die 10 cm wird halbiert in 5 cm. Wenn ich das parallel nach hinten schiebe, ist diese Seite hier auch 5 cm. Somit habe ich zwei Seiten, da ist 8 cm, da ist 5 cm. Für den Pythagoras brauche ich noch einen rechten Winkel, das ist aber nur eine Sache von der Darstellung. Wenn ich jetzt den Blickwinkel etwas drehe, das heisst, ich schaue genau von vorne, also ich wechsle jetzt die Blickrichtung, dann dreht sich das Ganze etwas, noch etwas mehr. So, jetzt sehe ich genau von vorne und jetzt sehe ich auch, dass da ein rechten Winkel ist. Und ich habe hier 8 cm, hier habe ich 5 cm, das sind die beiden Katheten. Also Pythagoras sagt, dass das eine Kathetenquadrat muss das andere Kathetenquadrat und die Wurzel daraus, das gibt dann die dritte Seite. Also ich muss die Wurzel aus 8 im Quadrat plus 5 im Quadrat und das gibt dann 9,43 cm.